Hallo meine Lieben und ich begrüße euch zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und in diesem Video wollen wir uns mit dem zukünftigen Format auseinandersetzen und welche Karten du dir jetzt am besten schon ranholen solltest, damit du dann natürlich auch immer noch gut performen wirst. Anfang Mai wird das neue Hauptset Cyberstorm Axis bei uns erscheinen und dieses Set bringt für sehr viele Decks neuen Support beziehungsweise auch einen neuen Arc-Type raus und bei dem neuen Arc-Type dreht sich alles um Visa Starfrost, der heißt übrigens Mendadom, falls ich es noch nicht gesagt habe und ich habe den Eindruck, dass das Deck auf jeden Fall viel Potenzial mit sich bringt beziehungsweise haben wir sehr viele Decks dank des neuen Supports auf jeden Fall hohes Potenzial oben anzuklopfen und da haben wir unter anderem den Arc-Type Goldstolz, der hier ebenfalls Support bekommt und zusammen mit Punk sehr gut synergiert und auch das Deck hat dank des neuen Supports auf jeden Fall Potenzial oben anzuklopfen. Dann bekommt hier auch Pearly endlich sein zweites Monster und noch eine Quickspell und auch dank diesen Supports wird dieses Deck auf jeden Fall auch oben mitspielen. Das OCG hat es uns ja so ein bisschen vorgemacht, sicherlich haben wir da eine ganz andere Banlist, aber ich kann mir auch vorstellen, dass hier und da mal vielleicht das Deck toppen wird beziehungsweise kann dieses Deck oder hat das Deck auf jeden Fall Potenzial und dann bekommen natürlich auch unsere Samurais und zwar unsere super starken Samurais endlich mal richtig, richtig guten Support. Der kann sich wirklich sehen lassen, also schaut euch mal ein paar Combo-Videos auf YouTube an, es ist wirklich insane. Also dieses Deck hat auf jeden Fall auch Potenzial, eins der besseren beziehungsweise vielleicht sogar das beste Deck des Formats zu werden. Aber wir dürfen natürlich auch nicht unser aktuelles Format vergessen und die Decks, die das aktuelle Format prägen, wie zum Beispiel Kashtira, Sprite in diversen Varianten, wir haben Labyrinth, wir haben Malfmec, wir haben Branded, wir haben Runic Naturia, wir haben auch immer noch Flow Wanderies und sicherlich noch viel, viel weitere Decks, die immer mal das Potenzial haben, hier und da mal zu toppen. Von daher ist unsere Meter gerade so breit aufgestellt, wie ich das persönlich noch gar nicht erlebt habe und die Decks, die wir jetzt dank Cyberstorm Access bekommen werden, werden wahrscheinlich unsere Meter einfach noch breiter machen. Von daher ist es gar nicht so einfach, die passende Karte im Side-Deck oder sogar im Main-Deck zu spielen, aber wir wollen es mit dem Video doch mal versuchen und wir gucken uns zuerst mal die Hand-Traps an und wir beginnen mit der stärksten Hand-Trap und das ist der Krauz- und Schlossvogel. Die kannst du theoretisch jetzt schon spielen, doch ab Mai hat diese Karte auf jeden Fall Main-Deck-Potenzial, da wir sehr viele Decks bekommen, die sich etwas der Hand hinzufügen beziehungsweise eine krasse Draw-Engine haben, wie zum Beispiel Pearly. Wenn sich unser Gegner nämlich eine Karte vom Main-Deck seiner Hand hinzufügt, egal wie, ob ziehen oder suchen, dann können wir mit ihm eine neue Kette starten und wenn unser Gegner das nicht negieren kann, kann sich kein Spieler mehr in diesem Spielzug Karten von seinem Main-Deck seiner Hand hinzufügen. Das ist unfassbar stark gegen super starke Samurai, das ist natürlich auch unfassbar stark gegen Manadome, ach was sage ich hier, gegen alle Decks ist das tatsächlich sehr, sehr gut und du wirst dann um diese Karte auf jeden Fall nicht mehr rumkommen. Die nächste Hand-Trap, die ich dir empfehlen würde, im Main-Deck zu spielen, ist Nibiru. Nibiru ist eine sehr, sehr starke Karte gegen Kashtira, aber natürlich auch gegen Branded und auch gegen super starke Samurai kann diese Karte sehr, sehr gut kommen. Sicherlich schadet der Nibiru nicht allen Decks, aber das macht ja gerade unsere Meta so krass interessant, dass wir theoretisch am besten 30 Karten im Side-Deck spielen müssten, damit wir uns überhaupt gegen alle Decks wappnen können. Machen wir jetzt weiter mit der nächsten Hand-Trap, die ich dir empfehlen würde, sofern du sie natürlich spielen kannst, ist der Dimensionsverschieber. Der Dimensionsverschieber gewinnt immer noch Spiele gegen Vogue-Decks, aber er wird auch gegen die neuen Decks extrem gut sein, da diese Decks alle ihren Friedhof brauchen, um halt sich etwas zu suchen oder diverse Effekte zu aktivieren. Und wenn sie das halt nicht können, dank des Dimensionsverschiebers, sieht es eigentlich für euch schon ganz gut aus. Natürlich muss man hier auch festhalten, nicht jedes Deck kann den Dimensionsverschieber spielen, aber wenn du in der Lage bist, diese Karte im Main-Deck zu spielen, dann solltest du das auf jeden Fall tun. Eine weitere Hand-Trap, die eigentlich schon Play sieht, aber dann auch noch Play sehen wird, ist das Gamma-Package. Denn dank dieses Package sind wir nämlich in der Lage, sofern wir keine Monster kontrollieren, einen Monster effektionieren und zeitgleich würden wir es auch zerstören. Das ist hier unter anderem auch sehr, sehr stark gegen Männer-Dome, aber natürlich auch gegen super starker Samurai. Ach was erzähle ich, gegen sehr viele Decks ist das ein unfassbar starker Effekt. Und deswegen solltest du dir auf jeden Fall überlegen, diese Karte, wenn du sie nicht im Main-Deck spielst, auf jeden Fall im Side-Deck mitzunehmen. Und generell bewegt sich unsere Meta ja gerade wieder auf Monster-Effekte, die auf dem Board auf jeden Fall liegen bleiben müssen, beziehungsweise dort erst aktiviert werden können. Und das spielt natürlich der Effektversteigerin, der Impermanence und natürlich auch der Ghost-Morner in die Karten, denn die brauchen nämlich die Monster auf dem Board, um etwas zu negieren. Und gerade mit den ganzen Synchro-Decks, die wir jetzt bekommen, ist das natürlich der Fall. Und deswegen können diese Karten alle essentiell sein. Und du solltest zumindest ein Play-Set davon in deinem Main-Deck spielen. Und weil ich es gerade angesprochen habe, die ganzen Monster befinden sich auf dem Board und wollen dort Effekte durchbringen, spielt das natürlich auch dem Ghost-Oger wieder in die Karten. Denn wenn nämlich ein Monster-Effekt aktiviert wird und der muss irgendwie liegen bleiben, wie zum Beispiel jetzt bei super starker Samurai, das Link-1-Monster, weil nämlich die Special Summon aus dem Friedhof nämlich in die Zone erfolgen muss, in der das Monster zeigt. Und wenn die Zone nicht mehr existiert, geht halt die Special Summon nicht mehr durch. Aber es gibt natürlich noch weitere valide Targets, wo man den Ghost-Oger raufwerfen kann. Und deswegen sollte man dem Oger wieder ein bisschen mehr Bedeutung zukommen lassen. Und da wir jetzt schon fast alle Geisterschwestern erwähnt haben, darf natürlich auch die letzte nicht fehlen, und zwar die Ghost-Bell. Auch für diese Karte findet man tatsächlich Argumente, dass man sie Main-Deck bzw. im Side-Deck spielen kann. Denn wenn wir an Branded denken, die etwas verbannen wollen vom Friedhof oder etwas Spezialbeschwören wollen aus dem Friedhof, oder wenn wir jetzt auch an unsere neuen Arc-Types denken, wie zum Beispiel Manner-Dome, super starker Samurai, auch diese Decks werden etwas aus dem Friedhof wieder Spezialbeschwören. Und das können wir natürlich wunderbar verhindern mit der Ghost-Bell. Und deswegen ist es auch legitim, diese Karte zu spielen. Ihr merkt schon, ihr könnt extrem viele Handwerps spielen. Das liegt halt daran, dass unser Meta so breit aufgestellt ist. Wäre es ein bisschen kleiner, würde es mir persönlich natürlich auch ein bisschen besser gefallen, weil man sich dann besser auf einzelne Decks vorbereiten kann. So muss man tatsächlich eine große Palette an Handwerps bedienen. Aber ihr könnt natürlich auch andere Karten spielen. Ihr müsst ja nicht unbedingt Handwerps spielen. Ihr könnt natürlich auch Bordbrecher-Karten spielen, wenn euch das lieber ist. Und da sehe ich zum Beispiel die Kurikara. Die Kurikara kann nämlich Monster tributieren, deren Effekte in diesem Spielzug bereits aktiviert wurden. Ist zwar kein Quick-Effekt, aber der Main-Face kann man das immer noch machen. Das ist kein Hand-Effekt. Das muss man mal dazu sagen. Das heißt, ihr macht dann einfach Special Summon Kurikara und die Monster eures Gegners, die vielleicht einen Effekt aktiviert haben, werden dann einfach in den Friedhof gelegt und für jedes tributierte Monster bekommt die Kurikara 1500 ATK obendrauf. Bedeutet, wenn ihr hier zwei Monster eures Gegners tributiert habt, habt ihr mit Kurikara bereits ein Monster mit 4500 ATK und damit kommt man schon über das eine oder andere Monster leicht rüber. Aber wenn ihr euren Gegner erst gar nicht erlauben wollt, dass er irgendwelche Monster-Effekte aktivieren kann, dann kann ich euch nur empfehlen, spielt ab sofort den Dark Ruler. Denn ich habe es ja bereits gesagt, die ganzen Decks, die jetzt kommen, haben dann Monster auf dem Board und wollen dann mit den Monstern eure Effekte negieren. Meistens liegt dort ein Baron de Fleur, ein Savage Dragon und vielleicht noch der Regulus und vielleicht sogar noch eine Apelousa und das könnt ihr natürlich mit Dark Ruler alles super negieren. Die Monster können ihre Effekte nicht mehr aktivieren, ihr könnt vielleicht frei aufspielen, sofern euer Gegner selber keine Handhub spielt. Und weil wir hier gerade über Dark Ruler gesprochen haben, müssen wir auch tatsächlich über den Droplet reden. Ja, es gibt immer noch Kashtira und ja, die können immer noch den Dimensionsverschieber spielen, beziehungsweise wenn der Dimensionsverschieber gespielt wird, ist der Droplet halt an sich tot. Und auch der Makrokosmos von Kashtira killt natürlich den Droplet, aber wir haben jetzt hier neue Arctives, wir kriegen hier neue Decks, die spielbar sind, die extrem gut spielbar sind und da kann man durchaus den Droplet spielen, weil diese Decks sind nicht in der Lage, den Dimensionsverschieber zu spielen, beziehungsweise würden sie sich dann selber schaden, wenn sie diese Karte spielen würden. Von daher kann man jetzt hier auch beruhigt auf den Droplet wieder zurückgreifen, da dieser immer noch in der Lage ist, ganze Bord zu brechen, beziehungsweise kann er euch vielleicht auch ins Spiel bringen, sofern ihr eine Karte in den Friedhof senden konntet, mit der ihr vielleicht da noch einen Effekt aktivieren könnt. Also von daher sollte man den Droplet nicht unterschätzen, ist jetzt vielleicht wieder eine bessere Alternative. Und natürlich könnt ihr auch Karten spielen, wie Kaijus oder auch den geflühten Drachen des Ra, den Kugelmodus, aber ich würde euch in erster Linie empfehlen, spielt doch den Lava Golem. Denn den Lava Golem könntet ihr theoretisch, wenn ihr den dreimal auf der Hand habt, auch dreimal Spezialbeschwören auf die gegendische Spielfeldseite. Und ihr müsst lediglich zwei Monster und das Gehen das dafür als Tribut anbieten. Und wie angesprochen, weil dieser Special Summon Effekt nicht Once per Turn ist, könnt ihr natürlich dank des Lava Golems auch noch leicht Bords brechen. Ihr müsst aber auf eine Sache achten, und zwar könnt ihr dann keine Normal Summon mehr durchführen. Doch wenn ihr eh über Spezialbeschwörungen ins Spiel kommt, dann tut euch auf jeden Fall der Lava Golem nicht weh. Und ein weiterer Bordbrecher könnte auch die Super Polly sein. Wir haben ja mit Garura und auch den Schlammdrachen sehr gute Super Polly Targets, beziehungsweise auch den Hungergift Drachen. Den sollte man auch nicht unterschätzen, sofern man gegen ein finsternes Deck spielt. Und das Besondere an dieser Karte ist, dass euer Gegner nicht mit Effekten auf diese Karte reagieren kann. Das heißt, diese Karte muss er über sich ergehen lassen. Gegebenenfalls könnt ihr vielleicht sogar das ganze Board eures Gegners damit brechen, mit einer einzigen Super Polly. Könnt dann selber aufspielen und gewinnt vielleicht sogar noch das Duell. Ihr müsst natürlich hier bedenken, ihr müsst eine Karte diskarten können. Wenn euch der Diskart an sich schon extrem schmerzt, dann solltet ihr vielleicht nicht die Super Polly spielen, sondern einen der anderen genannten Bordbrecher Karten. Das soll es jetzt gewesen sein mit den Bordbrecher Karten, aber es gibt natürlich auch Karten, die ihr First Turn reinzahlen könnt, die extrem stark sein werden ab Mai. Und da sehe ich unter anderem Skill Drain. Hier müsst ihr natürlich selber darauf achten, dass diese Karte euch nicht krass behindert. Bedeutet also, wenn ihr selber sehr viele Monster Effekte auf dem Board aktivieren wollt, dann solltet ihr Skill Drain vielleicht nicht spielen. Aber gerade Trap Decks wie Labyrinth oder auch zum Beispiel Altergeist können auf diese Karte sehr gut zurückgreifen. Kurze Erklärung hier zu Altergeist. Bei Altergeist könnt ihr das machen, aufgrund des Protokolls, weil das Protokoll nämlich aussagt, dass Altergeist Effekte an sich nicht negiert werden können. Und wenn wir Skill Drain jetzt mal auf unsere derzeitigen Meter und natürlich auch auf unsere zukünftigen Meter betrachten, ist das einfach eine unfassbar starke Karte. Denn alle Decks, die spielbar sein werden ab Mai, brauchen nämlich die Monster Effekte auf dem Board. Und da ist Skill Drain halt einfach eine Wucht. Als nächstes könnt ihr auch das Floodgate Beschwörungslimit spielen. Wenn ihr nämlich euer ganzes Board bereits etabliert habt, euer Gegner möchte vielleicht gerade anfangen, hat seine zweite Beschwörung durchgeführt, ihr aktiviert Beschwörungslimit, er kann halt gar nichts mehr machen. Generell verschafft euch diese Karte auch extrem viel Zeit, falls ihr vielleicht mal gebrickt seid, weil euer Gegner vielleicht gar nicht so richtig ins Spiel kommt, beziehungsweise die Monster aus dem Main Deck jetzt nicht gerade das höchste Power Level haben und ihr euch damit halt nicht OTK'n kann. Aber auch hier müsst ihr natürlich bedenken, diese Karte beschränkt euch genauso wie euren Gegner. Bedeutet, wenn euer Board gecleared wird, könnt ihr ebenfalls nur zwei Beschwörungen durchführen. Also spielt diese Karte ja mit Vorsicht. Ein weiteres Floodgate, was man bereits jetzt schon spielen kann, aber natürlich auch dann noch im Mai spielen kann, ist Anti-Spell. Die Karte sagt ja aus, dass Zauberkarten zuvor gesetzt werden müssen, bevor man sie aktivieren kann. Menedom ist zum Beispiel ein Arc-Type, der spielt mit einigen Zauberkarten. Pearly ist ein Arc-Type, der spielt mit sehr vielen Zauberkarten. Auch wenn das natürlich alles Quick-Spells sind, müsste er diese sofort anketten an die Aktivierung eures Anti-Spells. Und dennoch würde der Pearly-Spieler nicht so richtig ins Spiel kommen. Aber diese Karte ist natürlich nicht nur gut gegen die neuen Arc-Types, sondern natürlich auch gegen die alte Meta, wenn man so möchte. Und zwar gegen Branded, gegen Math-Mag und auch zum Beispiel gegen Sprite und wahrscheinlich noch gegen diverse weitere Decks. Und die letzte Karte, die ich euch jetzt hier mal kurz noch vorstellen möchte, ist eine recht neue Karte und zwar die Daruma-Karma-Kanone. Die Karte ist ja in der Lage, die ganzen Monster eures Gegners zu booken und sollte dort ein Link-Monster existieren, muss er sogar alle Monster dann in den Friedhof senden. Das ist natürlich unfassbar stark gegen super starker Samurai, aber natürlich auch gegen Gold, Stolz, Punk und so weiter. Jetzt habe ich noch eine Karte für euch, da könnt ihr vielleicht so ein bisschen diskutieren in den Kommentaren und die Rede hierbei ist von Evenly Matched. Denn gerade die neuen Decks spielen jetzt wieder mit mehr Omni-Negates, wie zum Beispiel Baron de Fleur, der Savage Dragon oder auch der Regolos und diese Karten können ja auch Zauber- und Fallenkarten negieren. Das heißt, Evenly Matched würde euch vielleicht nur eure Battleface kosten und ihr könntet dann vielleicht gar kein Monster mehr wegräumen. Und deshalb ist es mir jetzt so ein bisschen schwer gefallen, diese Karte jetzt so richtig einzuordnen. Sollte man die Karte noch spielen oder ist die jetzt vielleicht doch zu schlecht aufgrund der Omni-Negates? Dazu gerne eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Wenn euch das gefallen hat, dann gerne liken und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Denn ihr wisst ja, Support ist kein Mord und deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn ihr jetzt den Abo-Button ballert. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein, ciao! Bis zum nächsten Mal.